Was mache ich gegen Rauschen und Störgeräusche? Aktiviere in den Mumble Audio-Einstellungen Push-to-Talk. Gehe dafür unter dem Menüpunkt Konfiguration auf Einstellungen und ändere im Menü Audio-Eingabe den Übertragungsmodus auf Push-to-Talk. Unter Umständen musst du dafür noch eine Taste zum Senden festlegen. Gehe zum Menü Tastenkürzel und füge ein neues Tastenkürzel für Push-to-Talk dazu. Warum hören mich andere abgehackt oder mit Aussetzung im Ton? Deine Sprachaktivierung könnte zu unempfindlich eingestellt sein. Stelle sie in den Mumble-Einstellungen unter Audio-Angabe sensibler ein. Dein Computer könnte überlastet sein. Schließe alle Programme, die du nicht benötigst und checke die CPU-Auslastung deines PCs. Dafür musst du mit Rechtsklick auf die Taskleiste oder mit der Tastenkombination Steuerung, Alt und Entfernen den Taskmanager auswählen. Weshalb höre ich die anderen so leise? Vielleicht hast du die Lautstärke in den Systemeinstellungen zu gering eingestellt. Klicke mit Rechtsklick unten auf das Lautsprechersymbol und wähle Soundeinstellungen öffnen. Alternativ kannst du auch die Lautstärke deines derzeit ausgewählten Geräts mit einem einfachen Linksklick auf das Lautsprechersymbol erhöhen. Wieso bin ich nicht zu hören? Vielleicht bist du in Mumble nicht im richtigen Kanal. Das kann leicht passieren. Du kannst ihn einfach wechseln, indem du doppelt auf den richtigen Kanal klickst. Das Mikrofon deines Headsets könnte stumm geschaltet sein. In Mumble ist dann das normalerweise grüne Mikrofonsymbol rot und durchgestrichen. Klicke einmal auf diese Schaltfläche, um das Mikrofon wieder zu aktivieren. Überprüfe, ob das Mumble-Zeichen in der Leiste rechts unten blau leuchtet, wenn du sprichst. Falls nicht, gehe in Mumble auf Konfiguration zu Einstellungen und überprüfe bei der Audioeingabe die Schnittstelle und welches Gerät du als Eingabegerät eingestellt hast. Wenn das alles immer noch nicht geholfen hat, melde dich gerne bei uns per Mail. Ansonsten wünschen wir dir viel Spaß bei unserem Mindtest-Angebot.